Ziemlich ermüdend, dieses Game. Das ist doch überhaupt nicht spannend, Alter. Oh. Oh. Wo ist eigentlich der versprochene Kaffee, Alter? Der hat gelogen. Hannes, willkommen zu der ersten Folge von FNAF-HITS und der Simulator. Nö. Hab ich keinen Bock drauf. Beginn Audio-Prompt in 3, 2, 1. Nö. Dokument Results. Äh. Ich glaub, die ist irgendwie taub oder sowas. Beginn Audio-Prompt in 3, 2, 1. Diese chillige ist gut. Ist echt gut. Ist schon echt hässlich, ne? Merkst du? Noodle-Hair. So, da ist nix. Beginn Audio-Prompt in 3, 2, 1. Ey. Ey, das ist doch behindert. Ich kenn das. Ich kenne das. Ich kenne dieses Spiel. Ich krieg trotzdem Gänsehaut. Das gibt's nicht. Ja. Komm in die Gruppe. Jetzt ist es Zeit, um alle deine Ecke in eine Baskette zu legen und ein großer Gämpfer auf dein Zukunft zu nehmen. Ein Gämpfer, der mit einer 100% Chance zu Erfolg in einigen Fällen kommt. In einigen Fällen kommt das. Was sprechen wir jetzt? Wir sprechen über eine Fazbear-Entertainment-Franchisee. Nö. Das ist richtig. Restaurant, Ownership und Management. Something, das fast niemand kann, mit einem limiteden Degree of Success tun. Limited Degree of Success. Aber das ist ein Arschloch. Und das bedeutet, es ist sicher und lucrativ. Mit deinem initialen Investitionen, du bekommst alles, was du brauchst, um zu starten. Bevor ein kleines Zimmer, ein paar Tafeln und Elektrizität. Aber nicht vergessen, was du hinterherst, nach dem du dein Franchise-Package bekommst. Use es, um zu dekorieren. Kauf ein Stage. Bei Attractions und Animatronik und viel, viel mehr... Nö. Nö. Lass uns ein paar Dinge, die helfen dir zu beginnen, als ein Fazbear-Entertainment-Franchisee. Sonstitut. Atmosphäre. Möge, dass das eine Einwanderung mit einem Atmosphäre ist essentiell, um... Der Cheese ist so real! Entertainment. Untertainment. Mit viel Untertainment-Value in dein Restaurant, wird sicher, dass die Kunden zurückkommen. Bonus Revenue. Coin-Operated Games und Attractions, kann man auch noch mehr... Revenue während des Tages. Und wenn wir mehr Geld in deinem Handeln haben, bereit für Reinvestment. Gesundheit und Sicherheit. Es gibt Zeiten, wenn du etwas von questionable Qualität bekommst. Und wir dich nicht schuldigen. Köttingen Körnern ist nur für mein Geschäft. Also, ich habe auch schon mal was mit schlechter Qualität gekauft. Ich bereue das. Hm. Liability. Liability. Du, 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 du. Gut. Kein Audiofehler, ich liebe es. Das ist ja wirklich sehr erschreckend. Obwohl, das wäre nur ein sehr großer Gefahr, wenn es etwas außerhalb wäre, das jetzt versucht, zu kommen, seit Monaten zu kommen. Das ist das nicht möglich. Das ist nicht möglich. Ich kann alles tun. Und ja, hoffentlich, ja, hoffentlich tritt es nicht ein. Hm. Ich kann ja nichts garantieren, ne? Erster Tag. Null Dollar. Einer Dollar. Wir machen eine Pizzeria auf 100 Dollar. Was, weil ich das nicht möchte? Könnt ihr auch mal bitte die Fräse halten? Ich habe das Spiel schon mal gespielt, ja. Brauchen wir sowas. Wir brauchen auch in der Theorie eine Stage. Wofür auch immer. Warum habe ich Risk 2? Oh nein. Ey, der hat aber meine alte Pizzeria nicht übernommen. Ich werde gleich ganz sauer hier. Das ist das Geilste. An ihm kann ich selber Geld verdienen. Bucket Bob. Up für die Stage. Bucket Bob. Du Idiot. Ach, rein da. Fast-Rating 100. Late. So. Glücksspiel. Scheiße. Ich will doch einmal Erfolg haben. Oh, Mann. Gibt's doch wohl gar nicht. Playtest. Brauchst du mit dem 500? Ja. Es gibt auch eine 1000 da hinten. Aber die habe ich, glaube ich, noch nie gezwungen. 0,300. Ich verdiene hier gar nichts. Genauso wie über Twitch. Aber darüber reden wir nicht. Warum habe ich eigentlich Risk 2? Bucket Bob. Hast du mir irgendwas zu sagen? Nee. Sind die Teller hier Risk 2 oder was? Was ist denn hier Risk 2, Kollege? Was habe ich gekauft? Achso. Mit Risk ist das. Ja, ja. Mit Risk ist gemeint. Ob ich verklagt werde dafür. Ich glaube, im Generellen eine Pizzeria zu haben. Dafür könnte schon verklagt werden. Mein Gehirn ist gerade abgestürzt. Please reboot. Oder kontaktieren Sie Windows. Ah, Musik ist natürlich feierlich. Ich sag, Kopfhörer. Kopfhörer. Ich höre. Ich muss hören. Und jetzt kommen wir zum spannenden Part. Aber ich sag's. Diese Nacht. Ich glaube, ich glaube, in den Erd. Ich werde das jetzt im Easy Mode durchspielen. Ich glaube, die Arbeit ist fertig. Das Problem ist, wenn man die Geräte aufbauen kann, wenn man die Geräte aufbauen kann, wenn man die Geräte aufbauen kann. Jetzt geht es um andere Dinge. Einmal etwas zu wissen ist, dass das Ventilationssystem und dein Terminal sind ziemlich laut, und können Sie von Ihnen hören, in die Geräte der Geräte. Das wird nicht ein Problem sein, wenn es nichts in den Geräte ist. However, wenn Sie fühlen, dass etwas in den Geräte sein könnte, Sie haben ein paar Geräte für Sie sich zu retten. Sie können Ihren Terminal und der Geräte aufbauen, um die Anzahl der Aufmerksamkeit zu reduzieren, die Sie sich selbst anbauen. Auch, wenn Sie die Lichter direkt in ein Ventilationssysteme anbauen können, wird es meistens nicht alles, was Sie ausbauen können. Sie haben auch drei Geräte aus dem Terminal selbst. Es gibt ein Motionsdetektor, ein Audio-Dekoi und eine Sekundärer-Ventilationsunit. Beide aber auch, dass Sie nur einen von diesen aktiv haben können. Jetzt kommt es an. Einmal log auf, wenn Sie Ihre Aufgaben für den Tag haben, und Sie können einen Kaffee bekommen. Energie wäre mir zwar lieber, aber was du sagst. Machen, die sollte eigentlich nichts sein, ich sag's dir. Weil eigentlich haben wir nichts, äh, außer, außer Baby. Äh, äh, Reward of Baby haben wir ja ganz am Anfang. Aber ich weiß es nicht. Ich bin nicht mehr so im FNAF-Game drin, war ich eigentlich noch nie, aber... bin ich trotzdem nicht. Ziemlich ermüd, dieses Game. Ist doch überhaupt nicht spannend, Alter. Wo ist eigentlich der versprochene Kaffee, Alter? Der hat gelogen. Schlecht. Die modernsten Drucker, den sie sich irgendwie kaufen hätten könnten. Moment. Ist doch nichts. Bruder, warum? Warum? Warum müssen wir uns aufrufen? Ich, ich, ich bin einfach dumm. Ich bin einfach dumm. Was? Oh, alter. Great job. It looks like you're getting the hang of this. Now let's just focus on getting you through your first week. Now weck ich gar nich. Oh, danke. Also normale Leute gehen einfach dahin, die schmeißen einfach deren Animatronics, die sie nicht mehr brauchen, in meine Gasse. Ich würde jetzt schon am liebsten schocken, diesen Idioten, Alter, das gibt es aber gar nicht. Ich würde jetzt sagen, die kommen selbst, die sind in meinem System, wenn ich die, äh, nicht salvage. Ich würde jetzt sagen, die sind in meinem System, die werden die, äh, nicht salvage. Ja, fang ich die ab, fang ich die ab, fang ich die ab, fang ich die ab, fang ich die ab. Fang ich die ab, fang ich die ab. Es ist dein Job, die Begründung zu beenden, bevor sie zu salvageieren. Oder, wenn du es wählst, kannst du es zurück in die Alli, wo du es gefunden hast, und verhalte die Payment. Bitte, jetzt machen wir deine Wahl. Tschüss. Don't forget Saturday. You want them all to be in one place. Naja. Oh, null Lawsuits, ich freu mich. Hm. Ich glaube, ich mache einfach gar nichts. Aber warte mal, ich glaube, ich sollte mal gucken, ob ich eine größere Stage kriege. Hm. Irgendwann, dem und dann holen wir uns einen anderen Animaltronic. Den ihr vielleicht. Jetzt sollte unsere Pizzeria so schön sein. Ich wollte aber so gerne Lefty kaufen, ich sagst du wie es ist. Und der Chip? Ja, komm rein da. Ich schalte immer den Spatens, ist Servus frei. Ich glaube, dass ich ein normaler Speaker sei, das ist auch nicht so geil. Das sieht mir aus wie so eine übrige Prono-Meek-Anlage. Ich habe einen Prono-Meek gespielt, das Ding ist der Crap. Was für nur 30 Euro ist. Für manche Anwendung vielleicht geil. Aber für Audio-Input ist halt so knarzig. Da würden mir, glaube ich, Nikos Gig sofort auch zustimmen. Ey, jetzt habe ich nur noch Risk 1. Was hat denn Bucketpop veranstaltet, Alter? Was soll denn das? Ich bin' noch Preußerönig. So, advocates. Also, verstehst du. Jett! Ja. Jett 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 jett... Jetzt schaadt, Mann. aber kommt er sucht mich dieser idiot ist trotzdem heim ich weiß es nicht ist das jetzt kommt er in die oder die größe scheiß Was ist so extrem, wenn du mal Cash zu machen? Nee, einfach mal noch eine 500er Dug für deine 1.000er. 500! Du musst mehr lieben, du musst mehr lieben, Chat. Wir sind gleich bei 1.000. Wir sind bei 1.000. 1.000 Dollar. Kann ich das eh mit Controller spielen? So, Cringe-Controller. Klemmt einfach. So Cringe. 1.000 Dollar. 1.000 Dollar. Scheiße. 2.000 Dollar. 2.000 Dollar. 2.000 Dollar. 2.000 Dollar. 2.000 Dollar. 2.000 Dollar. 3.000 Dollar. 3.000 Dollar. 3.000 Dollar. 3.000 Dollar. Das habe ich nicht gekauft, damit wir das... Scheiße, wenn die kaufen sollen. Keine Idee. Ah den nicht, den muss ich tatsächlich kaufen. Weiß nicht, hier ist das riesige Ding bei. Unavailable... Was soll denn das jetzt heißen? Unavailable? Was soll denn das jetzt heißen? Blutprint. Wir gucken jetzt erstmal was in der Nacht so passiert. wir sind erstmal fertig fuck ich hab den nicht platziert ich hab den einen scheiß Ding nicht platziert so ist irgendwas da alter ist da irgendwo etwas ich kann sogar tatsächlich sein dass nix da ist ich spiele das jetzt einfach im easy mode durch das ist doch nicht kipp das ist ja nichts ist anscheinend allein hier spiel das ist es ist es alter oh mein god alter das ist aber kein geld ab oder mit soll schon ordentlich verrechnet sein intensiv intensiv gaming oh hata printmenus alter 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 unlock toilets unlock unlock gut meine aussprache ist heute kaputt man kennt man kennt man kennt man kennt man kennt man kennt wenn wir leute da moin grüß euch dieses game kostenloses fnaf game macht mich fertig ich sag's dir ja ich bin alpha das ist alpha Ach. 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 Bei dem verliere ich. Bei dem verliere ich. Das geht nicht. Ich kann das nicht machen. Bei dem verliere ich. Ich will den Auslösen. Der Businessman. Der Businessman mit den Animal Tronics im Schacht, Alter. Ich kann nicht mehr, Alter. Naja, wir können ja anderweitig Geld verdienen. 5.000 Dollar. Playtokens 10. Wir müssen mal ein neues Spiel kaufen, oder? Wir müssen mal ein bisschen Geld investieren. Kaufen wir das mal. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Bonus und Revenue. Entertainment. Bonus Revenue. Kaufen. Helfen und Safety. Ja, Helfen und Safety. Was hat mehr Helfen und Safety als alles andere? Willst mich verarschen. Rocks der Freddy, Rocks der Bonnie, Rocks der Chica, Rocks der Foxy. Rocks der Halt deine Fresse. Ich brauche noch meinen größten Fan. Ich brauche noch meinen größten Fan. Ich bin ein Kandy-Kadett. Komm, geh mal deinen Kandy hier. Ich habe Kandy all day. Every day. Kandy. 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 Ich bin... Ich bin komplett verwirrt. Okay, ich soll returnen. Ich bin ein Kandy-Kadett. Komm, geh hier nach unten. Ich habe Kandy all day. Every day. Kandy. 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 Return to Kandy-Kadett. Und vielleicht werde ich dir eine Geschichte erzählen. Hey, der hat mich. Erzähl mir jetzt die Geschichte, du Idiot. Ich bin ein Candy-Kadett. Komm, geh' deinen Candy hier. Ich habe Candy all day, every day. Candy, Candy, Candy. Rückwärts zum Candy-Kadett wieder. Und vielleicht werde ich dir eine Geschichte erzählen. Das ist ja sogar noch ein besseres Glücksspiel, Alter. Vielleicht erzählt mir der immer auch eine Story. Glaube ich nicht. Candy, Candy. Rückwärts zum Candy-Kadett wieder. Und vielleicht werde ich dir eine Geschichte erzählen. Und vielleicht werde ich dir eine Geschichte erzählen. Ich bin ein Candy-Kadett. Komm, geh' deinen Candy hier. Candy, Candy, Candy. Candy, Candy, Candy. 3, 2, 1, go! Rückwärts zum Candy-Kadett wieder. Und vielleicht werde ich dir eine Geschichte erzählen. Mega-Win. Ach du, meine Fresse. Wie kann man denn so viel machen? Ich bin ein Candy-Kadett. Komm, geh' deinen Candy hier. Ich habe Candy all day, every day. Candy, Candy, Candy. Candy, Candy. Candy. Rückwärts zum Candy-Kadett wieder. Und vielleicht werde ich dir eine Geschichte erzählen. Ja, mach' noch! Ist ein Idiot, Alter. Das tut mir gar nicht. Hab' vielleicht kein Candy mehr. Der Arme. Ich hab' noch drei Play-Tokens. Wenn er mir dann keine Geschichte erzählt, dann fliegt das mit dem Lokal raus. Ich bin ein Candy-Kadett. Komm, geh' deinen Candy hier. Ich habe Candy all day, every day. Candy. 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 Candy ist noch, aber was soll ich denn hier machen? Rückwärts zum Candy-Kadett wieder. Und vielleicht werde ich dir eine Geschichte erzählen. Macht er das überhaupt? Ich bin ein Candy-Kadett. Komm, geh' deinen Candy hier. Ich habe Candy all day, every day. Candy. Candy, Candy, Candy ist noch ein Freund in der Maus. Ja! Rückwärts zum Candy-Kadett wieder. Und vielleicht werde ich dir eine Geschichte erzählen. AHHHHH! Oh, meine Fresse, du! Na, Leute, das war's jetzt wieder mal mit meinem schönen Zweitkanal-Video. Wenn's euch nicht gefallen hat, dann hat's euch nicht gefallen. Jetzt halt die Fresse. Sunni. Ja, geht's. Jeremy. Hey, ich bin lächer. Na, ich bin. Nee, was so are we gemacht. Ja, ich bin. Ich bin.